Das ist ein Fertigungsband, und ich dachte, du liebst Fleisch. Scheiße, wir haben den anderen weg. Ich glaube nicht, dass wir den anderen weggehen könnten, ich wäre auch dafür. Nur, da sind halt ein paar Leute, ne? Wie komme ich jetzt hier raus? Achso. Oh, ein Glück, es bewegt sich. Los! Was ist das? Alter! Wo sind Kameras? Doppeltür. Den markiere ich mal. Was ist das? Was ist denn das? Kühlschrank. Kistenstapel. Wo sind die Kameras? Oh, da ist ne Kamera. Ich komme dich jetzt zu, Ruben. Die Kamera hat mich fast erwischt gerade. Wo ist die Kamera? Ich will die jetzt... Ich will die jetzt hacken. Dicker. Wo brauche ich denn da jetzt runter? Oh, es wird jetzt hier wieder geballert. Ich kann halt einfach nicht ruhig und schleichen. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Der macht uns Platz! Ah! Hey lol, was ist hier los? Warum brenne ich? Warum brenne ich? Ich bin wieder dabei! Warum brenne ich? Ich brenne. Warum brenne ich? Lass schon niemand überleben! Warum brenne ich denn? Ich hätte gerne auch eine Anzeige, die mir zeigt, ob das hier abnimmt, gerade die Bedrohung und so, dass ich hier wieder unten im Merk längst schlüppern kann. Das ist gut. Halt ne Schneise, Leute! Er war mit noch geschossen, da haben... Kingau! Er war fast getroffen, dort! Der ist aber ruhig hier wieder, oder? Was bist du denn? Hä? Ist da noch gerade zwei Leute hier, oder nicht? Achtung! Die sehen uns sonst! Sollte doch aber gerade eben noch jemandem helfen, oder so? Wo ist das? Boah, ich werde schon wieder überhitzt. Warum werde ich überhitzen? Kann man mich einfach so überhitzen, oder was? Hey, soll ich hier verrecken? Soll nicht über die Kamera. Ich dachte, ich werde recht, das wäre ein Sinn darauf reagiert. Boah! Ich dachte, ich werde recht, das wäre ein Sinn darauf reagiert. Boah! Ey, was war das denn jetzt schon wieder? Der jetzt einen kompletten Weg noch mal machen muss, ne? Oh ja! Okay! Hey! Okay! Leiser. Wir müssen da jetzt hier wieder so hoch. Die Kamera ist aus. Ich komme dich jetzt so hoch. Sah, dein Kopf explodiert. Ich komme heute an einem Pechtag, du fragst, wie ich es schon will. Tja. Und BD? Hach. Bitte vorhanden dich ja nur. Aber ich bin ja nicht im Kampf, ne? Schnell, ähm, ausschalten Auch ausgeschaltet, gut Sende die Möglichkeit, Prick zu befreien Ja, wo ist ein Prick? Wow, das war knapp Die stehen immer so versetzt, ey, das ist so behindert So, den will ich erblenden Ah, ich kann aber auch so machen Oh, ich will das mal versuchen Was bringt mir das? Nix, oder? Oder ist es jetzt auf meiner Seite? Nö Boah, das sind viel zu viele jetzt Boah, alter Digga, man kann es hier gar nicht schaffen Lachte dich wie ne Sau Oh, nicht überhitzen jetzt Digga, von wo werde ich denn jetzt noch getroffen? Erst mal überhitzen, jetzt abwarten Oh, Mann Oh, oh Kann man nicht auch was gegen überhitzen machen? Ey, das ist so nervig gerade irgendwie Die Steuerung und so Ich mach den Lutscher alle! Oh, ich feiere die Steuerung hier gar nicht, ey Wie oft muss ich denn jetzt hier rauskloppen? Was, ey Nicht mehr lange! Mann Oh, ja, jetzt lass mich doch mal hier raus Bildschirm blinkt auch nur die ganze Zeit irgendwie Ja, die sehen mich hier die ganze Zeit, egal was ich mach' Ich weiß auch nicht, wo der Blick ist, alter Zeit für ein bisschen Spaß Ey, man trifft sich auch einfach nicht, ne? Oh, da hab ich den Kopf weggehauen Ey, da hinten ist jetzt auch schon wieder einer Warum komm ich hier nicht hoch? Ey, schon wieder überhitzen auf mich Digga, das dauert ja ewig Um die umzuhauen Ey, die hören nicht auf Die ganzen Leute hier, ne? Das Kampfsystem finde ich hier echt nicht so nice Jetzt schön vorsichtig Die scheiße, finde ich irgendwie Immer noch 50 Leute oder so, ne? Dann weg jetzt, oder was? Das waren wohl alle Nice Ähm, und wie befreue ich jetzt diesen einen Typen? Leise, sonst entdecken die uns Ich finde die Möglichkeit, Prick zu befreien Wo ist Prick? Ach, da oben ist er, glaube ich, oder? Oder ist das da? Nö Digga, keine Ahnung Das bin ich? Ah, okay Noch weiter rum Da soll er irgendwo sein Ich habe keine Ahnung, ne? Zumindest wüsste du, wo er festgehalten wird, ne? Hey, Kameras Hä, jetzt macht doch keinen Sinn hin Wo ist er denn festgehalten? Ist das nicht Brick, oder? Vorsicht Das ist Brick Ich mich von dem Laser entferne, bin ich Hackfleisch Ist mit einer Mine verbunden Ich bin Brick Das war eine verdammte Ewigkeit Was ist denn Brick jetzt? Dex schickt uns Das ist irgendwie deinetwegen hier Tag abholen Die Dex von dir gekauft hat Solltet ihr mich befreien? Nö Nur den Bot abholen Das klingt nach Dex Es war also nie der Plan Dass ich da nur den Bot abholen, oder was? Oh, ammerkui Gucken, wie lange wurde er denn eingesperrt? Wie lange da drin? Nö Ein paar Tage vielleicht Ein paar loyale Typen haben mir was zugeschmuggelt Wollten helfen Royce hat sie in den Trockner gesteckt Und mich zugucken lassen Du schuldest uns was Sieht aus, als hätten wir deine Haut gerettet Hombre, du schuldest uns was Mach mal langsam, okay? Ich kümmere mich drum Aber gerade ist es echt schlecht Wenn wir uns wiedersehen Werde ich mich daran erinnern Cool, bleib, Enfi Der Feind schläft nicht Und du kommst Sicher, klar? Das ist mein Zuhause Mach dir keinen Kopf Kommst du alleine, klar Okay Dann misch mir das noch Und dann sag ich easy peasy Ciao, Kakao Jetzt schön vorsichtig Wir haben doch jetzt alle weggeklatscht, oder nicht? Ach, saubere Nummer Also dieses Schleichen ist einfach nicht meins Ich bin nicht geschaut, aber ich werde jetzt erstmal speichern Was ist hier hinten? Was klingt denn da noch so roh? Ach so, die Kamera Was machst du denn jetzt da unten? Komm doch jetzt raus hier Denk mal, dass wir fertig sind Oh Mann, das wollte ich nicht Oh, schon wieder Oh Mann Wie viel Schaden brauchen wir denn, bis sie weg sind? Achtung, wir sehen uns sonst Bööö Ich bin doch aus dem Nichts jetzt eng weg Was ist das jetzt? Kommt schon, Cabrones Ich bin für euch da Oh, lauf weg Digga, ich wollte die da schön runterwerfen Oh, da liegt es gut Ist hier jemand, oder was? Digga, die macht gar keinen Schaden Oh, wie wär's mit ein paar extra Löcher Digga Sehr gut Loopen, loopen Wo bist du denn? Da Zack Da muss man wohl näher ran mit, ja Da muss man wohl näher ran mit, ja Da muss man wohl näher ran mit, ja Digga Ein guter Schuss und das war's Oh, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg Wie, die können dich sehen? Ja, die sehen mich die ganze Zeit, egal was ich mach Für die Waffe aber auch nicht Lieber wieder die Waffe zurück, ey Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Die war das, glaub ich War die das? Nur noch 39 Schuss Neues Item erhalten, das soll jetzt eine neue Waffe sein Ach, keine Ahnung, ey Oh, warte mal, war das gerade eine Maske? Geh, was hast du denn jetzt gemacht? Ich bin voll so an, als ob er dann irgendwie runtergefallen ist von der Treppe So, was gibt's hier oben noch? Aha Aua, schön Mantel, alter Den Mantel muss ich aber immer direkt anlegen Wo ist der Mantel? Oh, und der sieht ab Die habe ich doch jetzt an, oder? Ja Nee Jetzt hab ich den an Haha, Baba Die sieht Baba aus Gut Sind wir doch jetzt aber gleich mal draußen, oder? Jetzt schön vorsichtig Dicker, noch ne Halle Markiert 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 Das ist das, Ablängungsmanöver Da muss ich hin, was ist das? Kamera Also ich würde sagen, wir schalten den aus Machen hier kurz mit der Tür auf Achtung, die sehen uns sonst Kommen wir nicht rein Oh, Baby Knapp Gut, der sieht das, wenn ich den abbringe Wir würden es halt gerade alle sehen Und der sieht das, dass wir den abbring Was ist das? Aber kann ich jetzt nicht da mal ne Handgranate hinschmeißen? Gut, jetzt sieht Keiner das, wenn ich den hinteren umbringe Richtig? Nein Wie, die können dich sehen? Oh, die sehen mich gerade alle Da ist der andere Der sich genau so dreht, dass er hier rauf gucken kann Boah Er hat es nicht gesehen, glaube ich Hacken Ablängungsmanöver Da geht bestimmt jetzt der andere hin, oder? Ja Kann ich den nämlich jetzt ausschalten Und den letzten Mit dem Katana jetzt umschmetzeln Dann habe ich es doch geschafft Eigentlich Die soll jetzt auch ganz Ganz gut und ruhig gemacht Wo ist er denn jetzt? Bester Mitarbeiter Da wird ihn looten Und die Halle nochmal kurz blindern Und die Halle auch manchmal so riesig Immer, ne? Huch Erstmal, dass wir ein bisschen was Was ist los von dem Game, ne? Ich weiß nicht, dass es nicht zu spät kann, oder so Aber So generell halt einfach, ne? Aber es ist mir erst mal, dass wir richtig mal was machen mussten, ne? Okay, Jackie Ja, das tue ich doch Keine Betteln Keine Schulden Keine Konzernschrauben Und der Flattert gehört uns So macht man Geschäfte wie Ja, auf jeden macht man so Geschäfte Ja, auf jeden Sehe ich genauso Da ist was dran Hey, weil ich wie immer recht hab Nett, dass du's merkst Natürlich hast du immer recht Ah, ich liebe diese Stadt Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten Und des brüderlichen Hasses Aber wenn du Cojones hast Und damit umzugehen weißt Kannst du so gut wie jeden Scheiß schaffen Ja, auf jeden Das stimmt wohl Aber selbst dann Trittst du mit nem Knall ab Und die Straße redet Die Straße erinnert sich Erfolg auf ganzer Linie So, was jetzt? Was jetzt, Jack? Was jetzt? Jetzt? Geh ich zu Misty Damit ich mich wieder so richtig Lebendig fühle Digga, du kannst doch nicht immer Misty Vergewaltig 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 Keine Frage Tja, Berufsrisiko Ja, Berufsrisiko halt, Jack Gerade noch rechtzeitig Unterm Sensenmann weggeduckt Das muss gefeiert werden Auch wenn wir das echt oft feiern Und sagt Dex, dass wir ihm sein Spielzeug besorgt haben Nicht ganz erfolgreich Der Start, wa? Hm Wie sieht's aus, Mr. V? Ich hab das gemacht Ab den Bot Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Schon ein paar Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab's ohne Militech durchgezogen Das Risiko war mir zu hoch Und wie hast du Royce dazu gebracht, ihn dir zu geben? Mit roher Gewalt Der einzige Weg, der immer funktioniert Du hast echt Eier, Mr. V Was ist mit dem Treffen mit Evelyn Parker? Darum kümmere ich mich noch Mhm Ohne das Treffen hast du keine Chance, an den Chip ranzukommen Parker wartet auf dich im Lizzie's Viel Glück Jo, Tschau Kakao Jo, das war doch Erstmal ganz gut abgeschlossen hier Ne, den Speicherstand Verweitern? Ne, abspeichern einfach nur Jo, so Bestätigen